moin moin und willkommen zurück hier bei einer weiteren folge super mario party auf der switch natürlich und wir gehen gleich los direkt rein letztes mal bescheid genommen diesmal aber ich nehme heute mario zahlen so eine größere ausforderung letztes mal haben wir ja das hier genommen stark stärker ich glaube trotzdem wieder empfohlen denn wenn man zweites brettspiel aber ich glaube es muss jetzt nicht unbedingt zu groß zu stark sein so gehen wir rein so wir haben das todtablet damit jetzt mal punkte gesammelt wofür die genau sind weiß ich noch gar nicht aber man kann sehen die gibt's juwelen und wir noch nicht hinter was dafür das ist hat ihr bloß mario party würfel 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 akum also die würfel die man sehen kann wie man alle schon gesehen hat da der luigi würfel peach würfel okay hier kann man sich die angucken das schon mal gut da werden euch alle entdeckt haben kann natürlich alle sehen mario party ok da kann man schon sehen was da drin ist okay ich kann alles einzeln mal angucken gut gehen hier rein und nehmen diesmal die könig bombons pulver fast mine den runden 20 runden 15 runden den runden mit dem zehn runden letztes mal konnte ich ja den sieg für mich verbuchen ob es heute wieder so sein wert weiß ich nicht bin gespannt das ist auch etwas für ein spezialwürfel mario hat wir müssen gleich mal angucken das brett also das brett hier das spiel wird sich ganz gut ausfällig dass wir auch so viel passieren kann für die bombons pulvers mine jetzt bisher geschafft abenteurer sehr schön uns gesagt dass hier ist kein besonderes sicherer ort du bist zum ersten mal jetzt genau gesagt lauern diese mine jede menge gefahren zum einzelner bombons die ein nur zu gerne vorankommen hindern die größte droge befindet sich aber in der mitte der spiel bereits könig bombom höchstbele nicht willkommen ich möchte keine finstere mine in meinem finstere mine sehen jahaha ich will auch ganz fair sein also zugehört wenn dieser unheilsziele erreicht könnte das schreckliche passieren ach nennen wir das kind ruhig beim namen dann wird es eine gewaltige explosion geben und nein das ist aber wirklich schrecklich dann ist das aber jetzt irgendwie ein abenteuer sondern ein super gefährliches wie sieht es mir die regeln aus wenn wir die regeln durchgehen und dann benötigen wir jetzt die reinfolger spieler bitte waffeln wie es ich fange an ist gar nicht mehr das beste anzufangen aber egal rosalina ist dabei und peach und der schaden frühe boi luigi als starker bekommt jeder fünf münzen geschenkt wie immer fünf sterne der schütte zum erfolg so viel ist ja klar also wo befindet sich der erste oder stern ist da oben okay und sammeln genügend münzen und kommen dann zu diesem feld versuchen wir den müssen brauchen um ihn zu kaufen das weiß ich auch schon einmal los und 1 jeder andere will ist nicht super besonders aber besser immer aber den man ist drei felder und schon mal drei menschen sammelt rosalina ist am zug und 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 neun drei menschen war luigi ist am zug ok itemfeld probo pilz gespannt 2 gegen 2 das ist doch schon mal gut und w ich w 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 ok wurde also man dreht den englischen ach so man muss den richtigen links ok normal ok ich stecke es geht sehr gut das war jetzt nicht so schwer ok das war nicht so schwer ein gutes team mario kam mit frauen mario kann einfach mit frauen das ist so so runde 2 ein feld ist doch nicht ernst besonderes ereignis keine 2 rosalina ich möchte nicht ab dem feld an die bombe hochgeht auch wieder die zahl verdammte axt alle die luft und verlieren alle minzen auf die wirft auch eine 2 jetzt bitte keine 2 h 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 das ist ja ernst bombon freut sich vorbeigerannt aber da hinten auch wenn er jetzt in fünf verwelt und auch gearst bei ok es ist egal wie wir werden trotzdem gearbeitet habe ich komme hier nicht herunter und bin gespannt so drei g1 die vier spieler spiel okay eine fragezeichen bitte nicht dabei sein ist alles was das nur bedeutet raus und welcher fehlt einige sehnen sich von der form und der farben her ähnlich gut ist nicht so schwer bringen wir hin glaube ich der wien war da und kann ich aber nicht sehen die kugel ach so weil ich jetzt erst darauf festgelegt hat sehr gut er fehlt nein nein ich wollte nicht die wollte ich ja nicht haben ich wollte in der mitte haben scheiße ich habe das falsche aber auf den falschen geguckt so was du bist das war dumm dass das war nicht meine absicht so beim nächsten so aufpassen ich glaube der fehlt an die anarbeiten kann ich erkennen ha gewonnen mehr punkte gehabt aber naja gut mario sehr gut so etwas gutes würfeln wir runter vom bombenfeld kommen kommen damit sind wir vier mindestens eine vier brauchen wir normal wird das war blöd aufs item fällt jetzt geht's los will ihr alle meine münzen macht er was fliegen wir über das feld drauf 13 münzen verloren ist das die frechheit das ist ja wirklich blöd dann ist das spiel unfair da ja 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 na gut was bekommt ja auch ein fiesen pilfer und machen sie nicht gegen uns einsetzt hat mir egal sein das auf dem felter wald ich gern ein vier mini spiel vier spiel gut letter konkurrenten ob wir machen müssen denkrecht halten ok also aufgabe seite l gedrückt und schwinge ok so ok weil sie es geht es geht ganz normal machen du guck hallo drei zwei eins los so länger nach unten zieht und bei drückt desto weiter kann man springen kurze sachen würden wir nicht helfen mario sehr gut gerecht halten das macht echt spaß das spiel ich spiel zwar jetzt gerade nur computer aber nachher werde ich mal online modus ausprobieren sehen wir so online ist und mit mir gegen mich spielen will ich gespannt zu not suchen welche leute ja zum online service wird schon so viel erzählt ich bezahle dieses geld also was soll man die 20 euro im jahr die tun ja auch nicht mehr weh zwar keinen richtigen mehrwert dadurch aber bin ja nun mal nintendo fan also was soll ich machen ich muss es mitnehmen so ich würde mir mal jetzt hoffe ich auf diesen feld hier mal rauskommen hier ist sechs endlich nehmen wir wollen hier raus das fährt das land aber da längst so ich bin erster was kaufen kann was hast du denn da so für mich ich möchte es kommt durch den kaufen wird gern diesen pilz haben danke schon ein paar items sammeln wenn ich verkehrt und ich habe den pilz den stern entschuldigung sehr gut gleich mit gerechnet sich noch so weit kommen aber man weiß ja es hat nichts zu sagen ganz im schluss am ende kackt die hände also ich weiß nicht wie wir es da hinbekommen am ende weil da werden auf einmal stern und münzen verteilt das ist gar nicht unglaublich aber ich habe schon ein item das heißt ich bin vielleicht der item könig nachher wenn ich ein paar mehr items sammeln so der nächste stern wird platziert platzieren einfach platzieren doch genau da wo alle noch dran vorbei müssen außer ich hier wird wohl geschafft er ist als erste herrschaft na gut ein eigenes feld was für ein eigenes ist das ok rosalinas anzug also es ist glaube ich nur weil luigi der noch da den stern bekommen könnte von hier aus der von anderen seite nicht mehr ich glaube nicht was kopf sie sich also was gab so pilz ja ich wäre auch genommen also wenig kohle sie hat und sie auch nichts anderes nehmen rede ging in der namen vibrations mix das finde ich so blöde weil ich schlecht war letztes mal drin aber dann haben die 15 von allen teilnehmern nein kriegt auch meine münzen hoffe ich gewinne also das ist gar nicht so leicht bin ich zumindest ok hätte es nur einmal merken sollen ok hätte ich das gewusst ich dachte das wird geht wieder um diese stärke mein gott jetzt lesen sollen richtig egal alle meine münzen weg gerade schade ich denke dass wir auf minus 2 ich denke dass wir auf minus 2 bei luigi ist amzug ja 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 es ist eine vibrationswahl okay anhand der vibration die antwort finden er fühlt und schiebt bei der wibre 3 vibration sequenzen er zuerst erhält die meisten jetzt okay ich weiß das ist das war der natürlich könnt ihr nicht so richtig bekommen wird nur das geräusch wahrscheinlich aber es war schon daher sehr gut okay los geht ich muss wieder gewesen sein ich muss wieder gewesen sein ok verkehrt glaube ich ach nicht mit der andere wir gucken jetzt schlecht das war zu spät warum ich keine punkte bekomme weil sie zwar nicht aber egal war doch eigentlich beim ersten und letzten richtigen egal wenn wir noch ein stern daher bloß ein paar münzen sammeln jetzt sonst kann ich mir keinen neuen stern kaufen was natürlich fatal wäre ok setzen wir mal auf jeden fall aus dem würfel dabei 6 na super gelohnt wenn ich jetzt richtig verstehe will bonbon sagen ich bin ganz schön lästig nicht wahr und folgt dir jetzt dieser würfel aber verändert hat nur die zahl ach scheiße das ist ja blöd und negativ fällt auch noch willkommen auf dem pechfeld mario halte das roulette an muss fünf minzen an den letzten spieler gehen das gefällt mir ich habe gar nicht so viel münzen nur eine münze salinas am zug durch blöd mit seinem bonbon bei den hacken wird er sehr auch nennen aber der nervig da warum sitzt man sowas zufällig ein oder wenn man fair sein oder wie ich habe natürlich direkt den gegner ausgesucht den ich glaube der am nächsten ist ja das ist jetzt mein item laden möchte verkaufen minus 3 turbo pilz waluigi ist am zug jetzt auch sein turbo pilz ein damit er schön schnell vorankommt neun felder da kommen wir schon ziemlich dicht dran an den stern die neuen felder bekommen der arsch alle gegen mich bin gespannt habe ich gehabt wie soll das runterschießen letzten ok das war ganz so schwer ok so jetzt muss ich noch gucken mein würfel glück mal wieder raus naja würfel glück ist glück gleich diesen blöden bonbons hinter mir das heißt richtig für die lücke werde ich nicht haben auch ja und er hat jetzt minus 1 raus okay schlecht loslauf aber ich möchte dass wir hier geschafft das ist eine tolle leistung was glücklich werdet einen gegner einen stern mit einem stern dann klauen wir in münzen und zwar Münzen klauen aber sterne gleich nehmen können war war luigi wenn wir dichtesten am stern dran ist der den kauf obwohl so viel mit dem klauschen wahrscheinlich ein stück gut nein immerhin kommt dieses bonbon felter das wirklich das ist wirklich eine 1 durch diese bomben er dieses bonbon könig er mitte entwickelt sich das spiel natürlich auch ein bisschen da ich mal zufälliger denn so weit man da drauf ist kann natürlich pech haben dass man alle seine münzen verliert nichts mehr kaufen kann und dann steht man da also das kann man schon nach hinten ja aber schon teilweise unfair muss man sagen hat so ein bisschen mario kart charakter das hier teilweise aber wenn man es nur mit normalen menschen spielt und mit lebenden menschen und ich computer dann wird wahrscheinlich ein fairer sein das hier ab und zu ist das würfel glück hier einfach kein glück glaube ich glaube teilweise und ein bisschen geteilt hier ja ja wenn ich jetzt mir das hier wahrscheinlich nämlich zufällig okay doch zufällig okay man kann nichts machen kommt die zweite die münze und und gut besonders eignis ehrlich weil wenn der spacken jetzt auch noch immer drauf holen obwohl es der letzte mit glück haben ob der kein von den fällen keine 1 und keine 3 gibt es doch gar nicht wie doof kann man denn sein jetzt wenn ich doch auf jeden fall in luft fliegen gleich blödes blöder waluigi so 2 und 2 ok dann machen wir platt rache süß ich den faden verlieren vielleicht oder ich gehe noch ein bisschen mit zu schwer kann man nicht kann man schaffen wenn peter auch hier quatsch rosalina dann auch ordentlich mit mir mitläuft sehr gut die blöde Kuh kannst du mal darüber gehen was macht sie denn da die hängt da so ein bisschen fest kann das sein oh alter Schwede ist die doof also jetzt nur weil sie da so festhigen das ist doch nervig also sie muss schon ein bisschen ordentlich mitgehen sonst bringt das alles nichts so warte mal ey die ist auch nur im Weg runter geh doch nur darunter was machst du denn ach so warte ich dann okay das war dumm so nochmal sehr gut so letzte Runde was geht's los hier rüber ne Rosalinde du musst man das ist aber auch nervig kann sie die einfach da weg abhauen wenn ich da hoch kann ey das ist doch scheiße ach das ist doch scheiße da geht's das so entspielen sich einfach ohne computer sondern mit dem anderen zusammen dann kann man es glaube ich schnell erfinden ägerlich na gut soja mini spiel ich dran okay ich bin ein freund dazu kriege ich nicht weiße also hier wird er wenn ich da rauf gehen werden die luft fliegen das heißt ich muss hier längs gehen egal ob du dich fliegen in die luft ich habe ein verschieden mario block gefunden oh nein ich wollte eigentlich genau auf das feld aber na egal hat sich die münzen Rosalina ich glaube sie macht gut ich bin gleich wieder da wen klaut ihr die münzen sehr gut perfekt noch einmal sind die auch kaputt ok nein sie haben sie doch gefunden scheiße jetzt haben wir auch nicht münzen bekommen die jammzug schuld hoffentlich knallst du jetzt nicht auf dem feld wäre eigentlich ganz gut für uns ne einer wird auch das feld nachher noch berühren wurde zur prinzessin kommen glaube ich nein der kriegt auch nur einen kollegen ne gar keinen haha tschüss tschüss ich bin ja nicht auf dem feld mir dürfte da nix passieren oder –17 – 14, geil. Das doof ist natürlich die Sinn auf dem Feld und können ja trotzdem den Pilz holen. Aber das ist dann so. Das fühlt mich dann auch nicht mehr. So, Minispiel. 4-Spiel-Amini. Der Weg zum Reichtum. Oxbolt-Bataillon. Ja, soll ich nur laufen? Weggewonnen? Die meisten Münzen, okay. So, los geht's. Kann ich Münzen sammeln. Sieht ja lustig aus. Nein. Oh nein. Ach, scheiße. Ich hätte gerne mal zurückgelaufen. Na gut, wir haben gleich viele. Ist ja auch okay. Das ist auch okay. Da bin ich fair, ne? Mit dem Ergebnis gehe ich konform. Oh, 43 Münzen haben wir jeden Fall. Das heißt, die Nächsten, die irgendwie ein Item sein sollen, werden mir wahrscheinlich Münzen klauen wollen. So schlimm. Oh, jetzt geht's bei den nächsten in die letzten drei Runden. Das sind noch drei Runden übrig. Das heißt, das wird jetzt ein bisschen was passieren. Macht aber nichts. Wir wissen, welche Reihenfolge wir haben. Hallo Leute, ich bin Lakitu. Jetzt wird die Partie noch spannender. Ach, ist natürlich schade, dass sie es bekommt, aber das ist weil sie ganz hinten ist fast, ne? So. Wir nähern uns im Spielende. Ja. Das kommt aber noch besser. Auf blauen Fällen gibt's ja sofort sechs Münzen. Na ja, auf roten gibt's natürlich dann sechs Milos. Die Partie kann entschieden werden. Wunder weh noch sonst. Oh, Kamek macht auch noch scheiße jetzt. Ja, verhunzt er uns das Feld nochmal. Tag, jetzt sind die richtige Pechfelder. Wurde durch. Oh je, Kamek hat die Pechfelder noch schlimmer gemacht. So, ein riesen Pechfeld ist sehr gefährlich. Darauf sollte man auf keinen Fall landen. Ob es dir gefällt und nicht. Die letzten drei Runden stehen an. Also gibt jetzt alles. Machen wir. Ja, das ist ja scheiße. So. Würfeln wir mal. Okay. Null. Gut, ist gut. So, gucken wir was wir im Laden kaufen können. Hier haben wir genug Münzen. Hier holen wir uns eine Röhre, würde ich sagen. Das können wir wahrscheinlich bei diesem Stern gar nicht mehr bringen. Das ist nichts mehr so viel. Aber am nächsten Stern auf jeden Fall. Oh nein. Oh, wie für den 6 Münzen. Ah ja, ist nicht so schlimm. So. Ist ja gut, wenn die jetzt alle ihre... Wenn jetzt einer der einen Stern bekommt, schauen wir uns einfach gleich zum nächsten. Perfekt. Peach. Uh. besonders eigenes und noch mal wird gezählt aber ich hoffe jetzt alle noch mal hat ja mich keine menschen um diesen stern zu kaufen wir können zwei oder null verbündeten ehrlich das guten würfel eigentlich 2 gegen 2 und ich bin mit rosalind arbeitet zusammen in eisigen höhen ok aufgabe die höhere skulptur entstehen lassen ach so ich muss doch ah ok jetzt habe ich es gecheckt ok alle bereit los geht's besuchen wir unser glück da wahrscheinlich daneben geht das ist doof das hell mal alles zeigen müssen ok verstehe ich worum es geht weil da kann ich nichts machen ich habe keinen schnee mehr ich weiß nicht wer hört wir vielleicht ist ja naja ich hab schon jetzt so schlecht war ich doch nicht sehr gut münzen was er wichtig ist münzen münzen sterne sterne münzen münzen sterne sterne ja ich habe mir schon geholfen wurde dann da ich so nett bin übrige runden zwei wenn ich den holen wenn ihr ein natürlich nicht schlechter werfen als die zwei klappen oder jetzt hier wir haben gerne da hat er mal wirklich einen ganz schönen lauf und dann ist es zeit den nächsten sterne auf dem spiel zu platzieren mal sehen wo er sein wird ok dann bitte fleißig münzen sammeln machen wir ich habe beide gehen gehen nach oben hast du noch zum angebot wenn man so viele sachen items sammelt weil man kriegt ja noch ein pilz ein stern dafür wer am meisten items gesammelt hat was eignis ich übersetzte mal er sagt bitte einsteigen gute fahrt in meiner bergwechslure was was passiert jetzt ein gutes oder schlechtes ereignis gut ist für ganz der anderen seite gelandet schlecht oder okay Waluigi ist am Zug 2 und 1 Nicht so viel Oh Eine Nummer runter Spiel Perfekt für uns Oh, ich bin mit Waluigi zu Schlau schütteln Schütteln wir uns mal schlau Gut gefüllte Kisten, der Garten Die stärkere Vibration, desto mehr Eicons befinden sich in der Kiste So Ahnung, was kann man noch? Ich will auch die wegnehmen hier Will mal sehen, wie fertig sind hier Achso, ich dachte, man könnte sehen, wer den meisten hat Können wir wahrscheinlich erst zum Schluss sehen Gut Start War gut, war gut Hast du gut Okay Hast du auch gut Hast du auch gut, hast du gut So was von übertrieben gewonnen Ja Ich habe euch denunziert Die letzte Runde, jetzt nochmal richtig anstrengend Auch im Rückstand Immerhin werden nach dieser Runde noch Bonis verteilt Wir sind ja Wir sind auch gleich beim Wenn wir richtig gut würfeln können Warte Natürlich ein Turbopilz Dann wollen wir nicht eingehen, dass wir nur eins oder zwei würfeln Wir wollen ja schon ein bisschen mehr würfeln Also Jetzt Wir würfeln Und so oder so dahin Ach, auch noch eine 6 Gibt es doch gar nicht Yes, den kaufen wir Drei Sterne Mario hat wirklich einen ganz schönen Lauf Ich freue mich nicht gleich alle Fuck Ich kann sie gerne so viel machen Das sei nicht klar, natürlich alle Sterne noch Aber nicht Mario sind wir um Gut, dann ist es Zeit, den nächsten Sternen zu platzieren Und zwar da wurden Nicht in deiner Nähe, Mario Sondern am Arsch der Welt Genau Dass du nämlich Zünft Damit du da einmal rumlaufen musst So Noch ein paar Schritte, die gehen können Sehen oder so Deinem Wurf ist einfach fest Achso Aber ich komme ja eh nicht mehr dran Also von da Also von da Also von da Oh, kriegt sie noch den Okay, bringt ihr ja nicht viel Das sie haben am Arsch der Welt Wenn sie den benutzt So So Ziemlich weit weg von dem Sternen Wo sie nicht hinwollte Ärgerlich für Rosalinda PG PG Oh, sie wird Waluigi ist am Zug. Wurde die alle zu kaufen, das gibt nicht. Ja. Ein versteckten Block. So, letztes Spiel. Wir haben auch viel geschafft, ne? Einer gegen drei, okay. Wir alle gegen... Saubere Arbeit! Oh, das hat etwas mit Fegen oder Saubermachen zu tun wahrscheinlich. Staubsaugen! Ah, hier ist natürlich Teamwork gefragt. Wenn man in die Richtung geht, wo die anderen nicht hinwollen, dann bringt das alles nichts. Wahrscheinlich in Luigi's Mansion das hier. Ah, ein bisschen schneller sein als ich. Na gut. Los geht's! Start! Ah, wie hast du denn auch? Ah, wie hast du denn auch? Vorher sah ich das hier mit den letzten Kram weg. Ah, da unten ist ein Triminal noch. Mit. Ich glaube, sie hat... Weiß nicht. Ich kann sie einschätzen. Und er sagt sich größer aus. Ich bin Staub gewonnen. Perfekt. Hallo! Und er beendet. Dann ist es als Begebnis zu verkünden. Okay, wer hat wohl gewonnen? Glaub ich. Egal, was für Bonus-Items verwendet wird. Ich glaube, keiner hat Sterne. Das heißt, wenn jemand zwei Sterne bekommt, wird er mich immer noch nicht schlagen. Also dann gehen wir mal durch. Wer sich welchen Bonus sichern konnte? Ein Stern für jeden Bonus. Hier ist der Ende Bonus. Gruppenbonus. Dieser Bonus gibt es für den Spieler, der sich mit den meisten verbunden zusammengetan hat. Okay, das bin definitiv nicht ich. Rosalind. Oh, ich krieg beide ein. Ja, das Ereignis Bonus. Ah, da weiß ich nicht, wer da oft ist und auf diesem Bombenfeld da war. Das weiß ich wirklich nicht. Ich? Okay. Also vier Sterne. Ich werde nun gewonnen. Bommelwirbel. Luigi. Mario! It's me! Mario! Dankeschön, 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 Dankeschön. Oh, ich so viel Beifall bin ich mir gar nicht gewohnt. Super, super, super. So, und Details mal gucken hier. Was habe ich erreicht? Oh, 108 Münzen, 7, 4 Sterne. Also ich bin in allen Top. Wie man sieht, da habe ich keine Chance. Da gehört aber auch sehr viel Glück zu. Muss man ja auch sagen, ne? Sehr viel Glück gehört dazu. Ist leider so. So, jetzt gehen noch mal Punkte für mein Co-Tablet. Zur Partyplaza. Bravo, das war fantastisch. König Bombenfeld ist geschafft. Ja Leute, danke euch fürs Zuschauen. Hoffe ihr seid beim nächsten Mal dabei. Und ja. Vielen Dank. War wieder spaßig. Bis dahin. Tschüss. Ciao. Ciao. Bis zum nächsten Mal.